So, die beiden schlafen ja jetzt erst mal. So, die beiden schlafen, die beiden schlafen, die beiden schlafen. So, die beiden schlafen und schlafen und schlafen. So, jetzt gucken wir mal, was sie den ganzen Tag so machen. Also, sie scheint schon mal nicht mit so einem gepustet zu sein. So, ich würde sagen, verdammt, das muss ich nochmal ausräumen. Seit wann liegen die Rechnungen eigentlich hier? Achso, man kann Rechnungen nicht wegwerfen. Ja, ich glaube, du brauchst du garst. Ja, die Rechnungen muss man schön reinstecken. Komm, geh, geh duschen. Geh duschen. So, was machen wir denn jetzt am besten noch? Du kannst ja... Du kannst ja, du kannst, du kannst. Du kannst, du kannst, du kannst. So ist das jetzt, denke ich, nicht das jetzt. Da kann ich nichts machen. Na ja, ist okay. So, du kannst ja mal mit hier. Einfach mal aufs volle Moment. Was hat der jetzt für ein Problem? Äh ja. Das kommt jetzt sehr gut an. Das kommt bestimmt sehr gut an. Oh, du kannst ja nicht so gut an. hmmm Alter, knutscht woanders rum Ich glaube ich beende auch langsam die Aufnahme-Session Ich meine, es ist jetzt auch schon 1.06 Uhr morgens Und ich habe euch schon gesagt, ich habe ja dieses Hama-Headset, das ich eine Zeit lang hatte Weil mein Biodynamics MMX2 ist kaputt und das neuere einzigste Brauchbare, was ich jetzt mal gesehen habe auf Amazon kostet einfach mal 300 Euro Das hat man natürlich übrig Zahlt man auf der Portokasse, ist ja klar Oh Mach doch ein kleines Nikoschen Das kann ich dir ermöglichen Das kann ich dir auch vielleicht ermöglichen Und das hat die Die Kude So, ich habe Dienst anrufen, Dienst anrufen Ich habe das Anrufen Ich habe das man hier überhaupt nichts machen weil die sind ja so eingestellt vom willen dass sie ja veralterung das sind halt nur holenfreien bilden haben pizza service 30 euro ach nee Also wenn ich mir jetzt noch eine Pizza-Leiste, dann habe ich wirklich nichts mehr. Ah, Farb. Dann bitte mal Farbgeruch. Ah, ja. Wo ist das? Ja, ich bin. 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 Was ist das? Ah ja, ach da, woher? Die beiden ein bisschen Spaß können. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Nickerchen. Na? Einen schönen, entspannen Nickerchen erstmal. Längst nicht wieder so müde. Das stimmt. Ah ja. Äh, müsste ich zur Arbeit langsam? So, in den ganzen Stunden. Ah ja. Äh, ich bin der Meinung, wir speichern mal langsam. Speichern unter LP für Let's Play. Aber gelegentlich zu speichern schadet ja nicht. Bin ich der Meinung zumindest. Menü-Format. Für Cursor. Äh. Ja. Ich bin der Meinung, der nicht zu speichern. Oh, f***. So, hast du es bald mal? Alter, wie lange dauert das zum speichern? Alter, wie lange dauert das zum speichern? Ich bin der Meinung, der nicht zu speichern. Ich bin der Meinung, der nicht zu speichern. Aber ich bin der Meinung, dass du siehst. Und ich bin der Meinung, der nicht zu speichern ist. Ich bin der Meinung, dass du siehst. Ich bin der Meinung, der nicht zu speichern ist. das ist das ist es definitiv ja 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 hat was hat was da oben so wie komme ich jetzt hier raus ich denke mal hier mit so und angesichts der tatsache dass ich auf meiner ssd nun noch 80 gigabyte habe sollten wir auch mal auf endlich legen oh 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 Vielen Dank.